Willkommen zu einer neuen Session von Schlachtung mit der Erde Ach, jetzt kommt er schon wieder eingeschissen Oh, ein bisschen übertrieben, he? Unsere Festung wird angegriffen So Und tschüss Hallo, fall um Ich würde die gerne hier in den Dom schicken Sehr gut Oh nein, Framerate kackt wieder ein Oh, oh Bleibt zusammen, Männer Hier lang Komm schon Gehen wir Komm schon Komm schon Wieso streifen da auch immer so viele rum Dachte ich hätte jetzt Ruhe Bleibt zu dabei, dass unter uns Männer in den Turmboden schützen Der Feind ist hier Schlagt Alarm So Und ich kann Doch, ich kann doch nicht bauen Wo habe ich denn jetzt Lötte verloren Oh nein, jetzt bleibt besticken Oh, verdammt Okay, dann würde ich sagen Soldaten, bereit machen Los, Soldaten, Bewegung Wir machen das Tor auf Und gehen mit ein paar Rittern raus Bereit machen, Burgenschützen Oh Oder ich schicke euch nochmal raus Gehen wir Hey, unsere Feinde Sie sind wir Komm schon Unser Land wird belagert Weiter, weiter Weiter, weiter Vorwärts Vorwärts Sie greifen In den Schlagern So Ach, da stecken die auch schon Okay Da ist noch ein Turm Sehr nice Bodenschützen sind bereit Bögen bereit machen Bleibt zusammen Männer Das muss doch irgendwann Stufe Ach, da unten Äh, okay Dann zwei ist noch ein bisschen Weiter weg Wir können nicht noch mehr Soldaten befehligen Wie jetzt, warum ist denn jetzt schon wieder Gestoppt, das ganze Frag ich nicht Jetzt ist wieder auf 90 Der Feind ist hier Schlag Alarm Ruhig jetzt Gehen wir In den Turm Bodenschützen Los, macht schon Unser Land wird belagert Brechen wir auf Oh, noch ein Turm Knall Ja Vorwärts Die Schlacht Fassend Ja Knall Ja Ja Knall Vorwärts Der Feind hält die Flam Bereiten direkt Na dann Unsere Gruppen werden angegriffen Die Schlacht wartet Sie haben angegriffen Oh, oh Es kackt wieder Ab Es kackt wieder Wieso ist auch immer ein Turm da Raffig nicht Wir haben die Schmiedel verbessert So geht das aber nicht Oh, verdammt Okay Okay Beratieren kann ich das leider nicht Verdammt Das neue Upgrade ist bereit! Ritter der Weißen Stadt! Ritter! Haltet die Augen offen! Der Feind ist nah! Bogenschützen vorrücken! Macht euch kampfbereit! Ritter der Weißen Stadt! Reiter! Macht euch kampfbereit! Männer Gondors! So! Die geschmiedeten Klingen sind fertig! Wir haben die Schmiede verbessert! Reitet! Wir haben die Schmiede verbessert! Schwerter! Ritter der Weißen Stadt! Ne, hier nicht! Und hier auch nicht! Formiert euch, Ritter! Reiter! Männer Gondors! Attacke! Gehen wir erstmal rübergucken! Vorwärts! Weiter! Attacke! Weiter! Weiter! Auf! Gehen wir! Überrennt sie! Ich bin mal gespannt, wie die Basis jetzt da aufgebaut ist! Dies Land gehört uns! Dies Land gehört uns! Der Feind hat bereits sein Lager aufgeschlagen! Vorwärts! Vorwärts! Aufschließen! Überrennt sie! Attacke! Dies Land gehört uns! Vorwärts! Gehen wir! Auf! Weiter! Weiter! Reitet hinaus! Alle Mann! Vorwärts! Sieht gut aus! Der Feind! Werft sie nieder! Warten wir kurz, damit wir hier in Lager aufschlagen können! Hinkommen! Schneller! Ja! So, hier kommen dann noch Verteidigungstürme! Macht euch kampfbereit! Vorwärts! Ritter! Das Gehöft ist fertig! Reiter! Reitet hinaus! Das Gehöft ist fertig! Das Gehöft ist fertig! Ihr haben ein neues Gehöft! Formiert euch, Ritter! Vorwärts! Ich hoffe mal, ich hab jetzt alle erwischt! Vorwärts! Kommt, Ritter! Kommt! Vorwärts! Weiter! Werft sie nieder! Reitet hinaus! Vorwärts! Arger! Krass! Die Öffnung ist wo? Nach oben! Nach oben! Die Öffnung ist wo? Weitere! Die Öffnung ist wo? Die Öffnung ist wo? Ja! In den nächsten dort kommen! der weißen stadt ein neues gehöft ein neues gehöft reitet aber schnell platt und plapp 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 dies land gehört uns reitet so irgendwo muss doch bestimmt noch eine basis von denen der mann der setz kommt überhaupt keine angriffe mehr reitet hinaus attacke vorwärts weiter vor posten kommt ritter kommt reitet vorwärts reitet kommt ritter kommt siedlung reitet hinaus vorwärts dies land gehört uns doch unsere truppen werden angegriffen ich glaube dort ist der feind bleibt wachsam rettet sie nieder haltet sie auf ritter der weißen stadt werft sie nieder die die reifen an alle mann vorwärts werft sie nieder reist es ein soo 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 Wir werden angegriffen Berennt sie Please Was ist das? Der Schatten wurde zurückgedrängt. Die Länder Mittelerdes müssen gerettet werden. Ja, das ist klar. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Bis dann.